Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Veronika ist hier. Wir sind beim Acht-Schritte-Plan zum perfekten Plank. Wir sind jetzt bei Numero 4 angekommen. Die vierte Übung bekommst du jetzt in diesem Video, um einen perfekten Plank zu schaffen. Ich fange wirklich bei Low-Level an. Jeder Anfänger kann mitmachen vom ersten Video, was ich auch in eine Playlist gepackt habe, alles, damit du schön alles abarbeiten kannst. Bis zum Letzten. Und wir brauchen jetzt dafür einen Stuhl und eine Yogamatte. Und wir machen jetzt die vierte Übung. Letztes Mal haben wir uns schon auf die Ellbogen gestützt. Wir haben ja langsam angefangen mit den Armen. Und jetzt machen wir das natürlich wieder mit den Ellbogen, aber mit gestreckten Beinen. Das letzte Mal hatten wir das noch auf den Knie. Das ist natürlich sehr, sehr einfach meistens. Aber so kann man sich wirklich auf alles konzentrieren. Jetzt mit gestreckten Beinen. Also die folgende Übung. Bitte üben. Tagtäglich und so lange halten, wie du kannst. Also wieder daran denken. Schulter runter. Hier aufstützen. Ja, mit geraden Rücken direkt schon. Am besten in den Spiegel schauen die ganze Zeit. Und jetzt einfach die Beine strecken. Und jetzt noch mal gucken, ob du alles gut gerichtet hast. Ja, Po. Darf nicht zu hoch sein. Kein Hohlkreuz. Ja, auch wenn das gut aussieht. Ja, diese Playmate-Posen quasi. Aber hier auch schön Schulter runter. Eine gerade Linie. Und ja, bis zum letzten C. Strecken, 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 strecken. Und das jetzt. Halten, 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 halten. Ja, das ist dadurch, dass es nach oben geht, nimmt es dir noch mal sehr viel Gewicht weg. Und mit der Polsterung auf dem Stuhl, ja, tun auch die Ellbogen nicht so weh. Also wir tasten uns wirklich ganz, ganz langsam ran, ja. Also, jeden Tag üben. So lange halten, wie du kannst. Und die Zeit stoppen, damit du weißt, wie lange du hältst. Also, Daumen nach oben, wenn du auch den Plank kennen können möchtest. Und weitere kostenlose Sachen findest du bei mir auf der Webseite. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Schau dir den mal an. Und ja, abonniere meinen Channel, wenn du weitere Videos findest, wenn du sagst, das, was die Veronika da macht, das find ich cool. Ja, kannst dir auch mal ein bisschen umschauen. Fitnessernährung, da hab ich sehr, sehr viele Videos zu gemacht. Coole Rezepte, coole Workouts zum Mitmachen live. Ja, was will man mehr. Also, dir viel Erfolg beim Üben und bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Video.